Und dann heißt es ja immer, man sagt ja immer, ja da fährst du ein bisschen in der Zeit zurück Okay Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Achtung! Das war's für heute. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind schon sehr wütend teilweise und auch sehr reizbar. Wir sind jetzt aktuell, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob wir jetzt auf dem 100 Meter Höhen Dach, weder einfach beim schwarzen Molter in der Wart der Straße. Jetzt ist es eine halbe Stunde. Es war ja alles wichtig dazu, es war wirklich eine halbe Stunde vor. Lass uns dann einfach auch starten. Alles klar, wenn es mir dunkel wird. Das sind die Arten. Ich habe tatsächlich alles gestartet, dass wir in der Wart der Flügel geführt haben. Ja, ich habe schon mal ein bisschen gespannend, wie die Öffener Flügel. Ich habe bei mir vorhin gesagt, wir können ja dann von der Lüffener ist ja total viel, wenn es immer dicker wird. Und die macht ihr so 10 Minuten vor dem Ende ist dann der Halbdegel und dann gehen wir am Tag von dem Lüffener. Können wir da was? Ja, das ist nicht. Wir haben die Haare und so könnten wie das da aussahen würde, wie es dann nach Meilen durch sie ausgeset hätte. Ganz im Moment. So. Vielen Dank.